Im Süden hat er Ignaz Hossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Wichtenberg-Marsdorf-Karfshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Sie bleiben im Raum, Keitler, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt Sie, dass wir Fragen, wie mein Befehl durch das Recht haben? Der Angriff Steiner hat mit Belogen! Jeder hat mit Belogen, sogar die OSS! Die gesamte Generalität ist nicht zweit als ein Haufen niederrätiger, treuloser Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbinden... Die Stadt Feindlinge! Verräter, Verzager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang, dass das für die Firma da hat, ohne zu behilert! Das hat mich jeden nur ein bisschen gefehlert! Widerstand, ich habe weggelegt! Ich hätte gut daran getan, um darin alle höhere Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, und bin verraten und betrogen worden! Verräter, von allem ein Feind Argen bin ich so verraten und betrogen worden! Es war ein ungeheuerer Verrat gelügt am deutschen Volke! Ja! 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 Fels, wenn den Wind gesprochen! Es ist unmöglich und es ist ein Umstand zu führen! Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, er will sie sich bewalten. Er jagt mir eine Kugel durch den Kopf. Der Krieg ist sicher, dass ich die Kugel für den Kopf habe. Das war die Kugel. Vielen Dank.